Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute soll es mal wieder um Amazon-Rezensionen gehen. Aber diesmal nicht um die hunderten gekauften Fake-Rezensionen, sondern einfach mal um die negativen. Denn auch das kann durchaus vorkommen, dass du von deiner Konkurrenz oder vielleicht auch von verärgerten Kunden Rezensionen bekommst, die nicht den AGBs entsprechen. Es gibt sogenannte Rezensionsrichtlinien auf Amazon und die kannst du dann natürlich auch identifizieren, melden und letztendlich auch löschen lassen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch böse Konkurrenten, die einem vielleicht auch Rezensionen reindrücken wollen. Auch sowas habe ich schon erlebt und kommt ab und zu mal vor. Davon sollte man sich aber auch nicht aus dem Konzept bringen lassen, denn auch dort hat man verschiedene Möglichkeiten, auch dort einmal mit Amazon gegen vorzugehen, aber auch rechtlich. Und genau das werde ich euch mal wieder zeigen. Wie immer der Disclaimer, ja, das ist alles nur basierend auf meinen Erfahrungen und meinen Informationen. Ich bin kein Jurist oder irgendwas in der Art. Das heißt, alle Informationen, die ich dir hier gebe, sind nicht 100% verlässlich. Wenn du dort verlässliche Informationen benötigst, melde dich bei einem Anwalt oder sowas. Okay, dann lass uns mal starten. Also ich habe mir jetzt einfach mal ein Buch rausgesucht, ganz random hier von Frank Thelen. Und da ist mir eine Rezension aufgefallen. Die könnte man so ein bisschen als nicht AGB-konform werten. Ich zeige euch das Ganze mal, ja, Überschrift als Kaminanzünder nützlich, unangenehm zu lesen, nicht wirklich hilfreich, selbst geschenkt noch zu teuer, bla bla bla. Du hattest einfach großes Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Du selber bist schon eine unsympathische Fritte. So, jetzt mal ganz abgesehen davon, ob diese Bewertung irgendwie zutrifft auf das Buch oder nicht. Zuerst einmal ist sie natürlich nicht verifiziert. Ja, das heißt, es kann durchaus sein, dass der Käufer dieses Buch gar nicht in der Hand hatte und diesem Frank Thelen, den kennt ihr vielleicht von die Höhle der Löwen, einfach nur eins reindrücken wollte. Hat auch ganz gut funktioniert. Ja, sechs Personen fanden diese Information hilfreich. Manche finden es lustig, aber sowas kann halt sehr geschäftsschädigend sein. Und man kann natürlich auch hier drüber nachdenken, ob das nicht unangebracht ist. Denn Frank Thelen wird hier ganz klar beleidigt. Zum einen als unsympathische Fritte, das ist jetzt auch fraglich, ob das jetzt rechtlich gesehen auch irgendwie eine Beleidigung ist oder nicht. Aber auch sowas hier als Kaminanzünder nützlich. Ich glaube nicht, dass Amazon solche Rezensionen sehen möchte. Und jetzt hat man natürlich mehrere Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Zum einen kann man hier über Missbrauch melden, die ganze Rezension melden. Die wird dann von den Amazon Support Mitarbeitern oder, ich weiß es nicht, vielleicht auch von irgendwelchen Algorithmen oder von irgendwelchen Bots. Überprüft und dann gegebenenfalls gelöscht. Das funktioniert ab und zu mal. In der Regel funktioniert das nicht. Also ich hatte schon öfter mal solche Fälle, wo ganz klar gegen irgendwelche Regeln verstoßen wurden. Und die Rezension am Ende nicht gelöscht wurde. Was kann man jetzt noch machen? Eine zweite Möglichkeit ist, über unser Support Dashboard das Ganze nochmal separat dem Support zu melden. Und da mal ein Tipp an dieser Stelle von mir. Schaut euch mal die Amazon Richtlinien an und schaut wirklich, ob diese jeweilige Rezension auch wirklich gegen einen dieser Paragrafen verstößt oder absetze. Und dann könnt ihr euch in eurer Beschwerde auch wirklich auf diesen Paragrafen beziehen und sagen, hey, diese Rezension verstößt gegen diesen Paragraf. Und dann nehmt ihr dem Supportarbeiter schon mal so ein bisschen die Entscheidung ab. Denn dann habt ihr es ganz klar begründet. Vor allen Dingen auch mit den Amazon AGBs begründet. Und dann habt ihr einfach nochmal eine viel größere Chance, dass diese Rezension tatsächlich gelöscht wird. Eine andere Möglichkeit blende ich euch jetzt hier auch nochmal ein. Und zwar ist es eine E-Mail-Adresse, an die ihr solche Beschwerden auch richten könnt. Und habe ich auch schon mehrmals gemacht. Funktioniert besser, als wenn ihr das irgendwie nur hier über diesen Melden-Button macht. Das kann ganz gut funktionieren, aber wie gesagt, das funktioniert nicht immer. Grundsätzlich, ja, Amazon, bei Amazon kann man nie sagen, ob irgendwas funktioniert oder nicht. Die sind da teilweise auch sehr willkürlich. Aber ihr könnt es zumindest versuchen, denn ihr habt ja nicht wirklich was zu verlieren, beziehungsweise ist es auch nicht viel Aufwand. So, die letzte Möglichkeit, die ich euch zeigen möchte, ist dann nur für Rezensionen, die wirklich geschäftsschädigend sind. Wo ihr zu Unrecht irgendwie eine Rezension reingedrückt bekommt vom Konkurrenten zum Beispiel. Dann kann es sich um unlauteren Wettbewerb handeln. Oder ihr werdet in irgendeiner Form beleidigt oder persönlich angegriffen. Dann kann man natürlich auch zu rechtlichen Mitteln greifen. Und da haben sich einige Anwaltskanzleien auch darauf spezialisiert. Ich habe jetzt hier einfach mal eine rausgesucht. Das heißt jetzt nicht, dass die gute ist oder schlecht ist. Ich habe einfach nur gesehen, okay, die hat sich sehr intensiv mit dieser Bewertungsthematik beschäftigt. Und ich packe euch den Link mal in die Beschreibungsbox. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Wie teuer ist sowas, fragt ihr euch sicherlich. Kostet so um die 200 Euro. Ich selbst habe es auch schon mal gemacht bei bestimmten Bewertungen. Und manchmal funktioniert es ganz gut, manchmal funktioniert es nicht. Ich kann euch an dieser Stelle auch direkt mal einen Tipp geben. Solange diese Rezension wirklich nicht gegen die AGBs verstößt, wird Amazon diese höchstwahrscheinlich auch nicht löschen. Und dann bringt euch der Anwalt auch nicht viel, denn der wird sich auch an Amazon wenden. Und wenn Amazon dann sagt, nee, sorry, wir lassen die Rezension da, weil das ist komplett AGB-konform. Dann kann der Anwalt, glaube ich, auch nicht mehr so viel machen. Aber manchmal kann es Wunder bewirken, wenn ein Anwalt auf Amazon zugeht. Und vor allen Dingen, wenn dann auch Kontakt aufgenommen wird zum jeweiligen Rezensenten. Denn wenn der Post vom Anwalt bekommt oder von Amazon, dann ist die Rezension in der Regel schneller weg, als ihr gucken könnt. Also das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, das Ganze aufzuziehen. Die Rezension kostet so um die 200 Euro. Nur, dass ihr davon mal gehört habt, würde ich allerdings immer nur im Worst Case machen. Was passiert, also was könnt ihr jetzt machen, wenn diese Rezension nicht gelöscht wird? Dann würde ich euch immer dazu raten, das Ganze zu kommentieren, klarzustellen. Und zwar sehr sauber, sachlich und freundlich. Auch wenn sich vielleicht in dieser Rezension im Ton vergriffen wurde. Dann können zumindest zukünftige potenzielle Käufer sich das Ganze durchlesen und einordnen. Ich sag mal so, wenn das jetzt hier einer liest, als Kaminanzünder nützlich. Das würde mich jetzt nicht wirklich vom Kauf abhalten, weil ich schon ganz genau weiß, was für eine Art von Kunde das ist. Aber es soll ja tatsächlich Leute geben, die sich davon leiten lassen. Also, das war es mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, ich konnte mal wieder weiterhelfen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Tom. Danke.